Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Verkaufsobjekt direkt hier in Homberg-Öffze. Mein Name ist Conia Kohnemald, ich bin Immobilienmaklerin hier in der Region und ich freue mich darauf, Ihnen heute dieses schöne Anwesen zeigen zu dürfen. Es handelt sich um ein Wohn- und Geschäftshaus direkt hier am Marktplatz in Homberg-Öffze. Dieses Wohn- und Geschäftshaus ist interessant zur Selbstnutzung, aber auch geeignet für Anleger. Es befinden sich hier im Haus zwei abgeschlossene Wohnungen und ein kleines Ladengeschäft unten im Eingangsbereich. Die eine Wohnung ist eine Masonette-Wohnung über zwei Etagen und hat einen schönen Balkon mit einem herrlichen Blick ins Land. Die zweite Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Alle wichtigen Punkte habe ich hier unten im Text zusammengefasst. Kommen Sie jetzt einfach mit mir mit, ich zeige Ihnen dieses Anwesen. Also... ... 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 Und hier kommen wir jetzt in den Kellerbereich des Hauses. Hier befindet sich dann noch ein WC. Das WC ist eingebaut dann für das Ladengeschäft. Das ist also hier, dass man dann auch hier eine Toilette hat. So. Und hier hinten ist der Kellerbereich. Hier ist eine Tür, die geht nochmal auf den kleinen Minihof. Das hatte ich ja von oben vom Balkon schon mal gefilmt. Ja, hier kann man halt nochmal so ein paar Dinge lagern, wenn man das möchte. Und hier haben wir nochmal einen Zugang. Hier gibt es dann noch einen Gewölbekeller. Das können wir Ihnen dann gerne vor Ort dann zeigen. Und hat Ihnen diese Immobilie gefallen? Können Sie sich vorstellen, hier zu wohnen? Oder Sie suchen ein Anlageobjekt und meinen, das wäre das Richtige? Dann kontaktieren Sie uns darauf. Wir freuen uns darauf, Ihnen dieses Haus persönlich zeigen zu dürfen. Abonnieren Sie unsere Kanäle auf YouTube, Instagram und bei Facebook. Dann sind Sie immer aktuell informiert. Mein Name ist Cornelia Brunewald. Ich bin Immobilienmaklerin hier in der Region und freue mich darauf, Sie beim Thema Hauskauf begleiten zu dürfen. Also, bis bald! Tschüß! Medea... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020